Ja, Hallöchen und nur ein kurzes Frage-Video zu Anno 2205. Ich hatte vor mir, das gleich jetzt einfach mal zu holen und ein bisschen zu zocken. Und jetzt einfach noch kurz die Frage, ob ihr vielleicht noch kurz antworten könnt, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Einfach kurz unten in die Kommentare bitte schreiben und auch bitte die reinschreiben, die darauf keine Lust haben. Weil dann sehe ich, wie groß der Anteil ist, die keine Lust haben, wie groß der Lust hat. Ich würde jetzt auf jeden Fall zocken und ihr sagt mir einfach, ob ich es mit euch teilen soll, sozusagen, oder nicht. Also, bis gleich. Ciao.